Hey guys, I'm Deanna from the YouTube channel D-Fashion and I'm going to show you how you can create this really bold look, which is all about this statement lip. So let's get started. Hier seht ihr jetzt noch mein ungeschminktes Gesicht. Ich habe dann zuerst von Smashbox die Camera Ready BB Cream aufgetragen. Und zwar mit so einem flachen Pinsel. Damit lässt sich das ganz gut verteilen und auch sehr schön in die Haut einarbeiten. Und ja, passt am besten auch auf, dass ihr das wirklich auch Richtung des Haaransatzes auftragt und auch am Hals entlang, damit sich das gut mit eurem natürlichen Hautton dann verbindet. Danach habe ich von Bobbi Brown ein loses Puder aufgetragen. Das ist wirklich ganz gut, um das Make-up nochmal zu setten. Jetzt habe ich wieder von Smashbox ein Produkt verwendet und zwar für meine Augenbrauen. Das ist so ein Augenbrauenstift. Damit könnt ihr die Augenbrauen ausfüllen und mit dem Bürstchen auch nochmal ein wenig in Form bringen. Jetzt habe ich hier von Bobbi Brown so einen Lidschatten in so einem ganz hellen Ton einfach verwendet, nur um meine Augen nochmal ein bisschen zum Strahlen zu bringen. Und hier seht ihr jetzt einen wirklich wunderschönen Lidschatten von MAC. Das ist einfach so ein Braunton mit ein bisschen Schimmer und den habe ich in meine Lidfalte geblendet. Und da solltet ihr am besten auch aufpassen, dass ihr das wirklich sehr gut verblendet und es keine harten Kanten entstehen. Sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr von Bobbi Brown die Lash Glamour Extreme Mascara verwenden. Die ist wirklich sehr gut geeignet, um euren Wimpern ein bisschen mehr Länge und Volumen zu verleihen. Und jetzt kommt Bronzer zum Einsatz. Der ist von Clinique und den finde ich wirklich sehr schön von der Farbe. Der hat ein ganz klein wenig Schimmer, aber auch einen sehr schönen warmen Braunton. Und den habe ich natürlich auch versucht gut zu verblenden. Sieht ein bisschen komisch aus. Und jetzt habe ich hier von Smashbox so einen Lip Liner verwendet in einer ganz dunklen Farbe. Weil immer wenn ihr ja so einen dunklen Lippenstift auftragt, solltet ihr am besten vorher einen Lip Liner drunter auftragen, damit das Ganze nicht so verschmiert und verrutscht. Und das braucht wirklich seine Zeit, bis das dann irgendwann mal optimal aussieht. Darüber habe ich dann die Liquid Lip Potion von Estee Lauder gegeben. Und das ist wirklich ein sehr schön cremiges Produkt und verleiht dem ganzen Look noch ein bisschen mehr Glamour und Glanz, würde ich sagen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, noch Wimpern auftragen. Ich habe jetzt hier so falsche Wimpern von MAC verwendet. Ich bin da wirklich nicht so ein Experte drin und ich kriege das auch leider nie so gut mit einer Pinzette hin. Ich habe das dann einfach versucht dran zu kleben und dann nochmal mit Mascara nachgetuscht. Und ja, das ist dann der fertige Look mit sehr extremen Lippen und krassen Wimpern. Das ist es, ich hoffe, ihr habt wirklich gefallen, die Video zu sehen. Und bitte, uns wissen, ihr Meinung nach über diese Look. Und nicht vergessen, zu checken, meine Kanal und zu abonnieren und zu abonnieren. Ich habe das dann noch ein paar Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.